Die Fluggesellschaft Emirates hat jetzt einen ersten Airbus A380 ausgeflottet. Und das muss ja an der aktuellen Krise liegen, könnte man meinen. Ist aber gar nicht so. Und zu dem ganzen Thema schauen wir uns jetzt mal ein paar wichtige und interessante Infos an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie soll das denn noch weitergehen mit dem Airbus A380, wenn jetzt sogar die Fluggesellschaft das Ding ausflottet, die doch eigentlich immer größter Fan des Flugzeugtypen war? Naja, um die wichtigste Info an der Stelle direkt mal vorweg zu nehmen, dass Emirates jetzt den ersten Airbus A380 wieder ausgeflottet hat, hat tatsächlich überhaupt nichts mit der aktuellen Krise in der Luftfahrt zu tun. Denn Emirates hat schon von Anfang an und das auch immer wieder öffentlich klar gemacht, dass sie nach circa 12 Jahren die Flugzeuge wieder aussortieren werden. Und damit hat man jetzt eben ganz einfach begonnen. Letzte Woche Dienstag gegen Mittagszeit startete der Airbus A380, dessen Registrierung mit Delta Bravo endet in Dubai und machte sich auf den Weg nach Südfrankreich, zu dem Flugplatz, an dem beispielsweise auch schon Singapur Airlines ihre ersten A380 abgegeben hat. Nach ziemlich genau sieben Stunden Flugzeit landete die Maschine dort. Und nicht nur Singapur Airlines hat ihre ersten Airbus A380 zu diesem Flugplatz nach Südfrankreich gebracht, sondern auch im Zusammenhang mit der kompletten Ausflottung der A380-Teilflotte von Air France hat man immer mal wieder von diesem Flugplatz gelesen. Grund dafür ist, neben einer ganzen Menge freier Parkplätze, nicht zuletzt auch die Firma Tarmac Aerosafe. Dieses Unternehmen gibt es mittlerweile seit etwas mehr als zehn Jahren. Und dort ist man eben spezialisiert auf die Lagerung, Wartung und aber eben auch auf die Verwertung von großen Verkehrsflugzeugen. Ganz bewusst mit Blick auf den Airbus A380. Denn da wird in naher Zukunft sicherlich noch ganz ordentlich was zu tun sein. Auf jeden Fall, der Flugzeughersteller Airbus selbst ist zu einem Drittel an diesem Unternehmen beteiligt. Und große Standorte findet man neben dem dort in Südfrankreich unter anderem auch zum Beispiel im spanischen Teruel. Ein weiterer Ort bzw. ein weiterer Flugplatz, von dem man in den letzten Monaten echt eine ganze Menge im Zusammenhang mit dem Airbus A380 und einer möglichen Verwertung dieser Flugzeuge gehört hat. Zum Beispiel einige der Lufthansa Airbus A380 stehen dort in Spanien und werden dort erst einmal gelagert oder eventuell in Zukunft dann dort auch auseinandergebaut. Aber zurück zu dem A380 mit der Registrierung Delta Bravo. Bei diesem A380 handelt es sich um den zweiten, der damals an Emirates ausgeliefert wurde. Und das ist eigentlich schon somit das Beeindruckendste an der ganzen Geschichte, denn das ist tatsächlich schon zwölf Jahre her, fast auf den Tag genau. Ende Oktober 2008 hat Emirates dieses Flugzeug übernommen und die Maschine trägt die Serie Nummer 13. Das bedeutet, es ist der 13. gebaute Airbus A380 beziehungsweise streng genommen die 13. Zelle eines A380, aus welcher dann auch wirklich ein fertiges Flugzeug wurde. Es handelt sich also logischerweise um eines der ganz frühen Exemplare des Airbus A380. Was mit den zwölf Maschinen davor passiert ist, das können wir ja mal ganz schnell durchgehen. Airbus Testflugzeuge, Airbus eigene Testflugzeuge des A380, waren damals die Maschinen mit den Seriennummern 1, 2, 4, 7 und 9. 5 Testflugzeuge also und diese 5 Maschinen sind die ältesten Airbus A380, die es gibt. Die Maschinen 1, 2 und 4 verblieben damals bei Airbus. 2 und 4, also die letzten beiden dieser Exemplare, haben mittlerweile einen Platz in Museen in Toulouse gefunden. Zwischen diesen Testflugzeugen kommen dann erst einmal noch die Maschinen mit den Seriennummern 3, 5, 6 und 8. Diese Flugzeuge wurden trotz der frühen Seriennummern als Kundenflugzeuge später fertiggestellt als die eben genannten Testflugzeuge. Es sind also jüngere Airbus A380. Die Nummer 3 war dabei das erste komplette Kundenflugzeug und wurde als erster Airbus A380 überhaupt im Oktober 2007 an Singapore Airlines übergeben. Das war die Erstauslieferung des A380. Und das war auch eben genau die Maschine, die jetzt dann mittlerweile schon wieder vor ein paar Jahren von Singapore Airlines an den Leasinggeber zurückgegeben wurde und dann eben auch weitergegeben wurde nach Südfrankreich zu der Firma Tarmac Aerosave. Und die Nummer 3, genauso wie die etwas jüngere Nummer 5, die auch bei Singapore Airlines unterwegs war, beide Flugzeuge sind mittlerweile verschrottet. Das Flugzeug mit der Seriennummer 6 war damals der dritte für Singapore Airlines bestimmte Airbus A380. Das Flugzeug ist heute bei Highfly. Das ist der einzige Secondhand Airbus A380, der einzige A380, der einen neuen Besitzer gefunden hat. Allerdings wird auch diese A380 noch in diesem Jahr bei der Fluggesellschaft Highfly ausgeflottet. An der Stelle greife ich kurz vor, die Maschinen mit den Seriennummern 8 und 10 waren ebenfalls bei Singapore Airlines über die ganzen letzten Jahre im Einsatz, stehen aber mittlerweile genauso wie ihre Vorgänger zur Verwertung in Südfrankreich. Die Seriennummern 7 und 9. Ihr erinnert euch, die letzten beiden Testflugzeuge des Airbus A380, die wurden nach aufwendiger Umrüstung Ende 2009 bzw. Anfang 2010 als mehr oder weniger normale Kundenflugzeuge an die Fluggesellschaft Emirates übergeben. Damit nehmen sie in dieser ganzen Aufzählung noch mal eine etwas besondere Rolle ein, denn diese beiden A380 sind, abgesehen von der aktuellen Krise, von der Zelle her die ältesten Airbus A380, die man heutzutage als Passagier finden und fliegen kann. Allerdings blieben sie ja noch eine ganze Weile bei Airbus, wurden aufwendig umgerüstet, aufwendig auf die aktuellen Standards umgebaut und gingen erst als sechster bzw. zehnter Airbus A380 der Airline zu Emirates. Und da für viele Maintenance-Aktionen und so weiter der sogenannte Transfer of Title entscheidend ist, also die wirkliche Übergabe an den neuen Besitzer, werden sie jünger behandelt, als sie es eigentlich sind. So konnte es dann nämlich dazu kommen, dass der Airbus A380 mit einer noch mal höheren Seriennummer, und zwar in unserer Liste jetzt der nächste A380 mit der Seriennummer 11, der erste an Emirates ausgelieferte A380 war. Seine Registrierung endet mit Delta Alpha. Das war also wieder ein ganz normales Kundenflugzeug. Genauso wie der darauffolgende A380 mit der Seriennummer 12. Diese Maschine ging als weiteres Flugzeug zu Singapore Airlines. Ganz offiziell zumindest sind beide Flugzeuge noch immer bei der jeweiligen Airline im Einsatz und man kann sie da ganz normal als Passagier fliegen. Allerdings sind sie aufgrund der aktuellen Situation, so wie weltweit fast jeder andere A380 auch, langfristig zwischengelagert. MSN 13 ist dann unser besagter Airbus A380 bei Emirates mit der Registrierung Delta Bravo, also das Flugzeug, was man jetzt nach ziemlich genau 12 Jahren ausgeflottet hat. Der Grund dafür, dass man langfristig auf diese 12 Jahre geplant hat, ist die Wartung des Flugzeuges. Vor allem bei den Airlines, die es schaffen, eine enorm hohe Anzahl eines bestimmten Flugzeugtypen zu ordern und dann eine Flotte bestehend aus diesem einen Flugzeugtypen zu betreiben, kann es sich als kostengünstigste und effizienteste Variante herausstellen, eine, sagen wir mal, 150-flugzeuge-starke Flotte aufzubauen und zu betreiben und dann mit in regelmäßigen Abständen stattfindenden Auslieferungen, genauso wie mit in regelmäßigen Abständen stattfindenden Ausflottungen, nicht nur Flottengröße und Flugzeugtyp beizubehalten, sondern auch das Durchschnittsalter der jeweiligen Flotte klein zu halten, beziehungsweise mehr oder weniger einzufrieren und die Flotte jung zu halten. Sehr beeindruckend zu beobachten war das über die letzten Jahre, zum Beispiel bei Fluggesellschaften wie Ryanair oder auch Southwest Airlines. Ryanair betreibt über einen dicken Daumen gepeilt zum aktuellen Zeitpunkt etwa 270 Boeing 737-800. Das ist alles der gleiche Flugzeugtyp. Allerdings hat die Fluggesellschaft in den letzten Jahren auch schon wieder ähnlich viele Exemplare, also auch etwa 270 737-800, aus der Flotte verabschiedet. Die erste 737-800, die kam zu Ryanair vor knapp 21 Jahren. Dieses damals neue Flugzeug, was ja dementsprechend heute dann etwa 21 Jahre alt sein wird, hat die Flotte allerdings schon vor 13 Jahren verlassen. Ab da war man eigentlich in dem eben beschriebenen Modell. Neue Flugzeuge kamen immer und immer wieder in regelmäßigen Abständen dazu, alte Flugzeuge haben in regelmäßigen Abständen die Flotte verlassen. Und das Durchschnittsalter der Flotte, das konnte man somit schön gering halten. Und bei Emirates wird es eben genauso gemacht, nur halt eben im großen Stil mit dem Airbus A380. Und auch Emirates bekommt noch ein paar letzte neue Exemplare. Jetzt darf man sich das aber natürlich nicht ganz so einfach machen. Planung und Aufbau einer großen Flugzeugflotte ist enorm kompliziert und von unfassbar vielen Faktoren abhängig. Und Ryanair hat natürlich genauso wie Emirates in den letzten Jahren auch dazu noch ein sehr beeindruckendes Wachstum hingelegt. Das ändert aber nichts daran, dass die Fluggesellschaften, die es sich leisten können, das Durchschnittsalter ihrer Flotte sehr weit unten halten. Sie halten ihre Flugzeuge jung und tauschen immer und immer wieder durch und sparen damit unterm Strich noch mehr Geld. Aber nochmal zurück zum A380. Da klären wir nochmal schnell das alles entscheidende Detail. Jeder Flugzeugtyp bekommt seitens des Herstellers ein sogenanntes Maintenance Planning Document. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Shakeheft beim Auto. Allerdings eine ganze Ecke komplizierter und wirklich extrem wichtig für die Lufttüchtigkeit des Flugzeuges. Dort drin findet man für jedes einzelne Bauteil, was in irgendeiner Form mit diesem Flugzeug zu tun hat, ganz speziell festgelegte Wartungsintervalle, die sich nach verschiedensten Parametern richten können. Beispielsweise nach Alter des Flugzeuges, Anzahl der geflogenen Cycles, also ganz einfach gesagt Anzahl der wirklich gemachten Flüge, Anzahl der Flugstunden oder auch eventuell überschrittener Belastungsgrenzen, was auch immer. Denn diese ganzen unterschiedlichen Punkte werden logischerweise für jedes einzelne Flugzeug dauerhaft aufgezeichnet und gemonitort. Und so weiß man dann beispielsweise, dass ein Airbus A380 bei Emirates im Schnitt pro Jahr etwa 620 Cycles absolviert und etwa 4.500 Stunden in der Luft verbringt. Ein Airbus A380 der Qantas, im Gegensatz dazu, der absolviert nur etwa 430 Cycles und verbringt dafür dann aber knapp 5.100 Stunden pro Jahr in der Luft. Das ist ein deutlicher Unterschied, daraus lässt sich dann erkennen, dass ein Airbus A380 bei Qantas im Schnitt deutlich längere Verbindungen fliegt als ein Airbus A380 bei Emirates und das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Wartung des Flugzeuges. Dieses Dokument, welches die ganzen Zeitrahmen für die jeweiligen Bauteile und für das gesamte Flugzeug, für die Wartung des gesamten Flugzeuges steckt, wird dabei über die Jahre immer und immer wieder durch Erfahrungswerte optimiert und überarbeitet, sodass man die Kosten für die Fluggesellschaften immer und immer weiter senken kann, im Idealfall zumindest, und somit einen längeren Betrieb des jeweiligen Flugzeugtypen für die Fluggesellschaft attraktiver machen kann. Ganz einfach betrachtet lässt sich dabei die komplette Wartung, die komplette Maintenance, die so ein Airbus A380 in seinem Leben über sich ergehen lassen muss, dabei in einen, na, 12-Jahres-Zeitraum legen. Und wer diesen Zusammenhang jetzt nicht direkt erkannt hat, das ist der Grund, warum Emirates das Ding nach 12 Jahren abschiebt. Von Beginn an galt für den Airbus A380 erst einmal ein 24-Monats-Zyklus für größere Wartung. Auch wenn das offiziell so in diesem Dokument gar nicht mehr bezeichnet wird, bedeutet das also alle 24 Monate einen C-Check für den Airbus A380. Diese Bezeichnung habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Alle 24 Monate, das also über diesen 12-Jahres-Zeitraum bedeutet, sechs größere C-Checks, die bei diesem Flugzeug gemacht werden müssen. Und größere Struktur-Checks, das steht auch in diesem Dokument drin, müssen nach 72 bzw. nach 144 Monaten stattfinden, also nach sechs bzw. nach zwölf Jahren. Der 144-Monats-Check, ziemlich unhandliche Bezeichnung, ist dabei nochmal mit einigen zusätzlichen Tasks verbunden, also mit einigen zusätzlichen Punkten verbunden, die bei diesem Check unbedingt gemacht werden müssen. Dementsprechend ist dieser Check nach zwölf Jahren der größte Check, den ein solcher A380 durchlaufen muss, vorausgesetzt er ist bis dahin nicht aus welchen Gründen auch immer kaputt gegangen. Und dementsprechend ist es logischerweise auch der teuerste Check, der bei einem solchen A380 gemacht werden muss, um die Lufttüchtigkeit des Flugzeuges aufrecht zu erhalten. Und darauf haben die Airlines nicht so Bock. Denn wenn man diesen Check macht, dann behält man das Flugzeug logischerweise auch noch ein bisschen. Möchte man das Flugzeug allerdings nicht mehr so lange behalten, dann macht man diesen Check auch nicht und gibt die Maschine dementsprechend nach ziemlich genau zwölf Jahren ab. Falls hier jetzt ein paar Profis in diesem Themengebiet zugeschaut haben, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich nicht so richtig viel Plan vom Thema Maintenance habe. Ich würde mich voll freuen, wenn einige von euch Lust darauf haben, uns noch ein paar weitere Punkte in den Kommentaren zu erläutern, warum es für viele Fluggesellschaften lohnenswert sein kann, solche Flugzeuge vor einem Heavy Maintenance Ereignis abzugeben. Vielen Dank schon mal dafür. Und damit soll es das auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. und ich hoffe, dass dieses Video mal wieder nochmal ein paar Zusatzinfos zu den ganzen Artikeln gebracht hat, die sonst über dieses Thema jetzt in den letzten Tagen im Internet zu finden waren. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und dann hören wir uns, sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.